Ich würde gerne von Meier anbieten, wenn der Mühle da ist. Ja, da kriegt man ihn zum Beispiel umhackt mit so einem... Ja, weil man nicht so leicht umhackt. Ja? Sechst auch nicht um, ne? Durchgehen schon. Ah! Ja! Das sieht man nicht gern aus. Nee! Um Gottes Willen, ich habe immer so eine lange Schubliessch.